Jetzt! Ja, hey! Hey! Los geht's! Erzähl! Was denn? Jetzt darfst du mehr reden. Nee. Ich bin Leo, das ist Lena. Zusammen sind wir Lena und Lena. Wir haben eine Tanzschule. Die hier, das ist die neue. Und wie ihr seht, sind ihr nichts. Wird super! Erzähl, wie sind wir hier hingekommen? Ähm... Naja, wir sind hier so 50 Meter über die Straße, genau. Also 2018 haben wir uns entschieden und jetzt sind wir fünf Jahre später an dem Punkt, dass wir uns vergrößern wollen und nach Corona quasi nochmal so einen kleinen Restart brauchen. Und die Location haben wir jetzt schon gefunden, aber wie ihr seht, hier ist noch so einiges zu tun. Und dafür brauchen wir ein bisschen Hilfe. Deswegen haben wir einen Fundraiser, einen GoFundMe, ins Leben gerufen. Der Link ist überall. In der Videobeschreibung, auf Instagram. Überall ist der Link. Und wir wollen euch so ein bisschen erzählen, wo wir herkommen, was wir gemacht haben, warum wir das überhaupt machen, was wir machen. Ähm... Ja. Starten wir von vorne. 2018. Januar war's, glaub ich. Im Januar hab ich, glaub ich, gekündigt. Bei der Tanzschule, bei der ich damals gearbeitet hab. Ja. Und dann haben wir gesagt, reicht, wir machen jetzt eine eigene Tanzschule. Und dann haben wir das gemacht. Wir haben im Januar, haben wir uns dazu entschieden und im Mai haben wir schon aufgemacht. Und in dieser Zwischenzeit haben wir ganz verrückte Sachen gemacht. Wie zum Beispiel auf dem Boden geschlafen. Wir brauchten ein Büro, dann ist halt mal kurz das Schlafzimmer, musste weifen und wir haben dann halt einfach im Wohnzimmer geschlafen und im Schlafzimmer gearbeitet. Wir wussten... Nee. Nichts. Gar nichts. Wir haben's einfach gemacht. Wir haben's einfach gemacht. Wir haben uns einfach jeden Step zusammengegoogelt. Und vieles auch einfach so gemacht, wie wir dachten, es ist richtig. Und vieles haben wir falsch gemacht. Ja. Was wir jetzt besser machen wollen. Wir haben aus vielen Dingen gelernt. Hier, ich bin sehr froh darüber, dass wir viele Dinge falsch gemacht haben, damit wir sie hier besser machen können. Richtig machen können. Eigentlich machen wir das, weil wir... Ja... Gen tanzen. Viele Jahre unserer Leidenschaft nachgehen und... Wie lange tarnst du jetzt schon? Ja. Dann... Nee. Weißt du es? Oder... So... 27 Jahre. Ja. Ich unterrichte seit mehr als 16 Jahren. Ja. Also sie weiß, was sie tut. Nein, aber wir haben eben uns nie dort, wo wir gearbeitet haben. Und vor allem ja meistens auch nebenberuflich. Das noch nicht so aktiv, wie wir es heute tun. Weil wir einfach uns nirgendwo so verwirklichen konnten, wie wir es wollten. Oder wie wir uns das vorgestellt haben. Oder was wir unter Tanzen verstehen. Beziehungsweise überhaupt aus dem ganzen Streetdance-Bereich. Was wir daraus machen wollen. Und deswegen kam eigentlich die Entscheidung dazu, dass wir es in einer eigenen Location machen wollen. Mit unserer eigenen Verantwortung. Und ich glaube, das ist uns bis jetzt auch schon ganz gut gelungen. Ich glaube... Es war halt Struggle. Aber... Also unsere erste Location, wo wir aufgemacht haben, war über einer Kampfsportschule. Es gab von Anfang an Struggle. Es gab immer... Ihr seid zu laut. Ihr stampft zu laut. Und wir haben gerade unten Meditation. Könnt ihr vielleicht kurz nicht arbeiten. Und es war immer Struggle. Und unsere erste Location war zwar sehr schön. Und wir haben uns auch sehr wohl gefühlt und so. Aber das Ding ist halt, dass wir nicht hundertprozentig das machen konnten, was wir wollten. Wir waren immer der Meinung, wir können viel, viel mehr. Und wir können auch... Ich glaube, das, was wir tun, wir sind der Meinung, dass wir das mit am besten hier können. Nur das Problem ist, wenn du nicht den Raum bekommst oder den Freiraum bekommst, das wirklich zu machen und dich zu verwirklichen, dann musst du dich immer mit Sparflamme zufrieden geben. Und am Anfang war das auch noch okay. Weil wir standen gerade am Anfang, wie gesagt, wir wussten nicht genau, was wir da tun oder wie man eine Tanzschule leitet oder wie man das macht. Wie Marketing funktioniert, wie Social Media funktioniert und so. Deswegen war das am Anfang, dass man gewisse Einschnitte machen musste, auch völlig in Ordnung. Aber das muss halt irgendwann aufhören. Und der Step hier rein ist dann halt genau das. Weil hier gibt es niemanden, außer unsere eigenen Leute, die mit uns in diesem Gebäude sind. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Was wir machen wollen ist, wir wollen das Tanzen anbieten, was wir selber gerne gehabt hätten. Unsere Vorstellung ist halt immer, den Tänzern ein Zuhause zu bieten, sich komplett entfalten zu können mit allen Rahmenbedingungen, die sie brauchen. Sie brauchen einen heilen Boden, sie brauchen am besten eine Spiegelwand, einen guten Sound. Und jeder kann zu jeder Zeit im Grunde genommen in sein Zuhause kommen und seiner Leidenschaft nachgehen. Und was wir vorher halt immer gesagt haben, ja irgendwie geht das schon. Irgendwie fühlt man sich zufrieden mit dem kleineren Raum oder mit dem kaputten Boden. Und vielleicht haben wir auch keinen Aufenthaltsbereich und es ist alles okay so. Aber wir haben halt einfach gemerkt, um es besser zu machen und um den Leuten auch das Gefühl zu geben, haltet euch hier auf, nehmt euch hier die Zeit, lebt hier eure Kultur, ist es halt doch irgendwie notwendig, um es einfach besser zu machen. Da kann der beste Unterricht quasi nicht gegen anstinken und der beste Stundenplan und die unterschiedlichsten Pläser, die wir anbieten. Um es eben noch perfekter zu machen, um es noch zukunftsrichtender zu tun, brauchen wir eben diese Rahmenbedingungen im Grunde genommen. Deswegen sitzen wir hier und machen dieses Video. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, eine Tanzschule lebt davon, dass man große Tanzsäle hat, die beleuchtet werden wollen, die ja am besten mehr als 20 Tänzer irgendwie unterbringen und so ein Quadratmeter kostet halt in Osmerbrück auch schon so einiges. Und deswegen mussten wir halt vorher immer das nehmen, was wir kriegen konnten. Wir wollen halt jetzt starten und in wenigen Wochen bereits hier den ersten Unterricht geben. Uiuiui. Und genau, dafür brauchen wir Hilfe, ganz einfach Hilfe, um das zu verwirklichen, um dem Ganzen einfach schneller näher zu kommen und nicht noch weitere fünf Jahre vielleicht zurückzutreten, zu strugglen, Corona vor allem zu überstehen oder überstanden zu haben. Dass es uns immer noch gibt, macht uns natürlich auch stolz. Aber naja, um das eben auch langfristig erfolgreich durchzuziehen, brauchen wir jetzt eben Unterstützung und Hilfe und ja. Man muss dazu sagen, dass dieser Fundraiser nicht eine Spendensammelgeschichte ist. Klar, es sind irgendwo Spenden und so weiter. Aber wenn ihr auf die GoFundMe-Seite geht, dann könnt ihr nachlesen, was ihr dafür bekommt. Zum Beispiel Exclusive Merch. Je nachdem, wie viel Geld ihr spendet, kriegt ihr eine Plakette hier im Studio, die für ewig hier bleibt. Das heißt, euer Name ist hier an der Wand. Ihr werdet zur Eröffnungsfeier eingeladen. Ich glaube, aktuell noch ab 50 Euro Spende könnt ihr kommen, wenn wir eröffnen. Und wir werden hier eine gute Zeit haben, wir werden hier performen, wir werden hier feiern. Und das ganze Geld, was wir einnehmen, 45.000 Euro sind angesetzt für den ganzen Umbau. Ich glaube, aktuell haben wir schon 9.000 oder so, haben wir schon drinnen im Fundraiser. Nach drei Jahren werden wir das ganze Geld wieder rückverteilen. Wir werden das alle zusammen machen. Das werden wir dann später auch über das Internet machen. Wir entscheiden alle gemeinsam, also mit euch zusammen, wo das Geld hingeht, welche Hilfsorganisationen gebraucht werden. Wir werden das in zwei oder drei Hilfsorganisationen stückeln. Und das ganze Geld, was wir jetzt gerade hierfür ausgeben, durch die Spenden, werden wir später weiter spenden und rückverteilen. Da, wo es halt wirklich gebraucht wird. Es ist nicht das Problem, dass wir das nicht bezahlen können, nur wir können es nicht jetzt bezahlen. Aber wir müssen es jetzt bezahlen, weil wir ziehen in rund einem Monat hier ein. Wir werden hier einziehen, egal wie es hier aussieht. Unsere Mietverträge sind gekündigt. Wir sind drauf und dran, das hier alles fertig zu machen, wie sie gerade schon gesagt hat. Der Estrich liegt, jetzt als nächstes kommen die Wände. Dann kommt der Boden, Elektrik und dann hängen wir auch schon unsere Spiegel auf und dann geht es los. Hinter uns seht ihr das Badezimmer, das es noch nicht gibt. Dieses Badezimmer alleine kostet im fünfstelligen Bereich. Und solche Sachen müssen natürlich verwirklicht werden. Deswegen wenden wir uns an euch. Jeder, der das sieht und jeden, den wir damit erreichen können. Jeder Cent, jeder Euro, jede Spende hilft uns. Alles ist mit Herz und dankbar angenommen. Und ja, auf die nächsten fünf Jahre. Ja. Vielleicht. Und dann mal gucken. Mindestens. Minimum. Ja, cool. Tschüss. 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 Tschüss.